Die Entwerfen ist für mich die Fähigkeit, aus komplexen Zusammenhängen eine Lösung zu finden und das zu verknüpfen mit ästhetischen Ansprüchen und daraus was zu machen, was dann Raum wird. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Laura Pfahl zu Gast haben. Wie immer richten wir uns an alle Landschaftsarchitektinnen und Architekten und diejenigen, die es werden wollen. Ganz besonders an die, die sich für Entwurf interessieren, denn Laura Pfahl entwirft leidenschaftlich gerne und mit ihr sprechen wir darüber, was macht einen guten Entwurf aus, wie kann man ihn lernen. Sie ist ja auch in der Lehre tätig und bringt das jungen Studierenden bei und auch, wie man gemeinsam Entscheidungen trifft, wie so ein Ablauf vom Projekt funktioniert und wie man die Qualitäten über alle Leistungsphasen hinweg trägt und erhält. Laura Pfahl hat an der TU Berlin Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur studiert. Sie arbeitete dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Entwerfen Objektplanung und ist seit 2019 Professorin für Darstellung und Entwurf an der BHT. Neben der Lehre hat sie stetig auch in der Planung gewirkt und seit 2012 im eigenen Büro Lava Land. Im Gespräch mit ihr sind Leo Balissna und Luisa Balz. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Ja, Laura, und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Wir haben natürlich im Vorfeld nochmal deinen Lebenslauf durchgelesen und dann irgendwie gedacht, die Laura hat, glaube ich, schon immer gewusst, dass sie Entwerferin werden will und Landschaftsarchitektin. Schon immer. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich habe so mit 17, 18 herausgefunden, dass es Landschaftsarchitektur überhaupt gibt oder festgestellt, dass es Bewusstsein hinter dem Gestalten von Freiraum gibt. Und dann wollte ich das ausprobieren und habe angefangen zu studieren und wusste nicht genau, ob es das wirklich ist, aber habe dann relativ schnell gemerkt, so nach ein, zwei Semestern, ja, das passt. Und ja, also seit knapp 20 war mir das dann klar, dass es das sein soll. Super. Und wie bist du darauf gekommen, dass es da, also zur Freiraumplanung, hast du Plätze oder Parks oder Freianlagen im Allgemeinen gesehen und dich gefragt, okay, wer gestaltet die denn? Oder hast du den Landschaftsarchitekten kennengelernt? Also es ist eigentlich so, dass das klassische Interessenbild gewesen. Ich mochte Kunst, ich mochte Dinge machen, kreativ sein, in die Welt bringen. Ich glaube, für Kunst habe ich mich dann nicht ganz getraut, Kunst zu studieren. Und wusste aber auch, dass ich ein Interesse an Menschen und Gesellschaft habe und an Biologie und wie die Dinge alle zusammenhängen. Und so war dann irgendwann, es gab so einen Termin im Berufsinformationszentrum, wo ich meine Interessen eingegeben habe. In so einen Computer gab es dann da damals. Und der hat einem dann ausgespuckt, was das Ranking ist, was man denn werden soll. Auf Platz 1 war Orchesterdirektorin, was ich total abstrus fand, weil ich nicht besonders musikalisch bin. Und auf Platz 2 Landschaftsarchitektur. Und über den Hinweis habe ich mich dann nochmal vertieft und habe das dann meiner Mutter erzählt. Und die hat gesagt, wir kennen dann Landschaftsarchitekten, unterhalte ich doch mal mit dem. Und dann kam das so Schritt für Schritt zusammen. Interessant. Also diesen Computer aus dem Arbeitsamt, den kenne ich ja auch. Und die ZuhörerInnen, die alle Folgen gehört haben, wissen das auch. Den kann man ja relativ tendenziös mit Informationen beschicken. Von daher ist es interessant, dass bei dir dann Orchesterdirektorin rauskam, wenn du möglicherweise gar nicht so viel mit Musik da angegeben hast. Weil bei mir war es so, dass ich überlegt hatte, ob ich Kunstgeschichte studieren soll. Hatte aber auch so ein bisschen Angst, ob das dann wirklich das Richtige ist. Aber der Computer hat genau Kunstgeschichte ausgespuckt. Und das ist ja schon relativ speziell. Also werde ich wahrscheinlich die Fragen auch einfach so beantwortet haben. Und ich fände es gerade auch schön, dieses Bewusstsein, dass Freiraum entworfen ist. Das geht mir ganz häufig so, wenn man mit Fachfremden spricht, genehmigst du als gegeben an. Also beim Gebäude, das wurde hingesetzt. Das ist klar, da hat ein Architekt das gebaut. Und bei einem Stadtplatz, da ist halt ein Stadtplatz. Als wäre es so eine Lücke, die irgendwie sich fügt durch die Gebäude. Und das ist total, finde ich schön, wenn sich das dann irgendwann ändert. Und als bewusste Gestaltung wahrgenommen wird. Und dieser Fokus auf Entwurf, ist das immer noch was, was dir am meisten Freude macht in der Landschaftsarchitektur? Absolut. Ich sehe das Entwerfen eigentlich als eine Art Schlüsselkompetenz an. Es ist ja nicht nur irgendwie einen Weg hübsch machen oder so, sondern es ist eigentlich die Entwerfen, das ist für mich die Fähigkeit, aus komplexen Zusammenhängen, eine Fragestellung aus komplexen Zusammenhängen, eine Lösung zu finden und das zu verknüpfen mit ästhetischen Ansprüchen und daraus was zu machen, was dann Raum wird. Und das ist für mich die große Herausforderung, der große Spaß und die große Leidenschaft in der Landschaftsarchitektur. Und natürlich hat jeder dann unterschiedliche Parameter, was dann wichtig wird für einen Entwurf oder was er auch unter Entwerfen versteht. Aber im Prinzip ist Entwerfen für mich unsere Kernkompetenz. Und da würde mich total interessieren, also es gibt ja einerseits würde mich interessieren, wie näherst du dich einem Ort, wenn du nach einem Entwurf suchst, zum Beispiel für einen Wettbewerb und dann vielleicht später, wenn wir nochmal auf die Lehre kommen, wie bringt man das anderen bei, also wie bringt man der Studierenden bei. Aber wenn wir jetzt erstmal bleiben, sozusagen vielleicht bei der Entwurfstätigkeit, gibt es irgendeine Inspiration, die du suchst oder wie fängt das an? Also ich denke, meine Art und Weise, sich einem Ort oder dem Entwerfen zu nähern, ist, den Ort erstmal zu analysieren und die verschiedenen Schichten und Ebenen, die den Ort bedingen, auseinanderzunehmen und zu forschen, was macht den Ort denn eigentlich aus? Und was sind die Ebenen, die wichtig sind und die, die man vielleicht nicht mehr weiterverfolgt? Also ein Ort ist ja, hat immer eine Geschichte, hat immer unterschiedlichste Geschichten, die ihn geprägt haben, hat unterschiedlichste Materialkonfigurationen erlebt. Also im Prinzip ist über jeden Ort ja schon mal ein Dinosaurier gelaufen. Also man kann eigentlich alle möglichen Spuren versuchen aufzudecken und dann ist es in unserer Aufgabe oder dann sehe ich das in meinem Entwerfen so, dass man lernen muss zu priorisieren oder das weiter, das sich zu entscheiden für manche dieser Spuren, die man dann für eine Zukunft, für die man ja entwirft, rausarbeiten will und rauskristallisieren, sodass dann in dem nächsten Zustand, den so ein Ort hat, eigentlich neue Geschichten entstehen, die aber immer Bezug zu den alten Geschichten haben sollten. Ich denke, das ist so eine Vorgehensweise, die ich beziehungsweise wir im Büro auch immer verfolgen, dass wir versuchen, Geschichten zu erzählen mit den Orten. Und wenn ihr priorisiert, was ist dann bei euch, also es könnte jetzt ökologische Gründe geben, soziale Gründe, ästhetische Gründe, das ist ja ganz schwer zu priorisieren, das kennen wir ja auch. Man könnte ganz viele Pfade am Anfang einschlagen und es wird dann einer. Und ja, was hilft euch da? Oder gibt es eine Grundhaltung, wie so ein Leitbild, die irgendwie immer zu einer Priorisierung führt? Das macht viel der Ort aus, das machen aber auch viel die Gespräche aus, die man im Team dann führt. Es macht natürlich auch etwas, was uns wichtig ist. Und da merke ich schon, dass im Vergleich zu vor 15 Jahren sich die Themen auch wandeln. Also ich glaube, wir haben damals beim Entwerfen vor 15, 20 Jahren noch nicht so sehr Regenwasser in der Stadt als wichtigen Parameter auch verstanden. Oder die Ökologie, da ging es doch mehr, im Schwerpunkt mehr um Ästhetik und Atmosphäre. Und jetzt ist die Herausforderung, diese Aspekte, Ästhetik, Atmosphäre mit ökologischen Aspekten stärker zu verknüpfen. Also jedenfalls bei uns, aber ich glaube, da geht es vielen Landschaftsarchitekten sehr ähnlich, dass das eine immer größere Rolle spielt. Und insofern sind natürlich auch Themen, die von außen an einen herangetragen werden, genauso Parameter, die dann die Gestaltung eines Ortes mit beeinflussen. Da sind wir ja auch gerade an einem wahnsinnig spannenden Punkt, denke ich, oder finden wir auch im Büro. Das wäre ja auch für viele Dinge jetzt eine neue Ästhetik entwickeln müssen und dürfen. Ja, wir wollen uns ganz anders mit dem Regenwasser befassen. Und wo man vielleicht vor vier, fünf Jahren dachte, ach toll, ich habe das jetzt verstanden, das soll alles in Regulen geleitet werden. Ich schließe es nicht mehr an den Kanal an. Lernen wir jetzt, naja, das ist jetzt eigentlich auch nur so mittelmäßig toll. Am besten wäre es doch, das Wasser möglichst an der Oberfläche lange zu halten und zur Verdunstung zu bringen, den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Und das macht ja was mit den Flächen und mit den Räumen, die wir da bilden. Und das ist ein ganz spannender Punkt, wo man nochmal ganz neue gestalterische Aspekte auch reinbringen muss. Und ja auch einen großen Beitrag zur ästhetischen Bildung unserer Mitmenschen leistet letztlich. Die Freiräume ändern sich jetzt und wir sind diejenigen, die da maßgeblichen Einfluss drauf haben. Das ist spannend. Ja, auch also gerade, wir nehmen im Juni auf und es hat jetzt dreimal sehr, sehr stark geregnet. Und dann warst du ja gerade bei einem Projekt draußen, wo eben alles auf Flächenversickerung gehalten wird. Und dann hat sich das mal abgebildet. Also das, was man immer wieder erzählt und eigentlich ist es dann so eine trockene Kiespflanzenfläche, war dann wirklich unter Wasser. Und die Wege waren nicht trocken, aber es stand kein Wasser. Weil irgendwie fand ich dann auch mal schön, eigentlich durch die Stadt zu fahren und die Projekte sich anzuschauen, wie die aussehen, wenn es da geregnet hat. Ja, tatsächlich, ja, war das jetzt nochmal so eine Schwammstadt-Erlebniswoche. Also dieses Projekt Johannesgärten, von dem du gesprochen hast, da sind wir natürlich alle unglaublich nass geworden während dieser dreistündigen Führung draußen. Aber es war endlich mal zu sehen, was wir uns überlegt hatten. Sonst war das immer sehr theoretisch, wenn man gesagt hat, also hier kommt das Wasser vom Dach in die Rinne und dann fließt es da rüber. Und jetzt war es dann tatsächlich mal zu sehen. Und man musste sich nicht nur darauf verlassen, dass es stimmt, was wir da erzählen. Ja, sehr gut. Das ist eigentlich so riesig, wo da gar nicht so große Flächen dran angeschlossen sind. Ich glaube, da muss man dann wirklich lernen, jetzt auch nochmal ganz genau zu gucken, wo muss ich was anlegen und wie wirkt das auch vor Ort, wenn da so eine vertiefte Fläche ist, die sich im Plan ja so erstmal nicht so sofort ablesen lässt möglicherweise. Das macht aber viel mit dem Raum. Absolut. Und im optimalen Fall lernen wir ja auch, die Funktionen und Angebote miteinander zu schichten, dass dann eine Mulde nicht nur Mulde ist, sondern wenn sie dran trocken ist, auch noch für andere Dinge nutzbar bleibt. Wobei wir das in unserem Vorzeigeprojekt Johannesgärten auch noch nicht geschafft haben, dass die Bauherrschaft damit einverstanden war, dass das Wasser zeitweise in den Spielplatzflächen steht. Das wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, wenn es jetzt wirklich doll regnet, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass da draußen gespielt wird. Dann lebt man eben damit, dass die zeitweise überstaut sind oder man muss sich halt Gummistiefel anziehen. Ist ja auch super, macht ja vielleicht auch mega Spaß. Da kommen wir noch hin. Ich denke auch, das ändert sich ja auch gerade im Bewusstsein auch bei Menschen außerhalb unserer Profession, dass wir mit dem Regenwasser anders umgehen müssen, dass wir generell mit Wasser anders umgehen müssen, mit Trinkwasser auch, als wir es bisher getan haben. Und ich glaube, dann werden wir auch andere Dinge realisieren können. Da glaube ich dran. Aber es dauert ein bisschen, bis da alle nachziehen. Und habt ihr das im Büro manchmal, dass ihr auf Projekte zurückblickt und jetzt denkt, ich hätte das jetzt mit ein paar Jahren mehr Erfahrung, was Regenwassermanagement angeht, anders gemacht? Oder auch was die Bedeutung von stark versiegelten Flächen angeht? Wir hatten das Glück, dass wir bei unserem Projekt am Campus Charlottenburg, der Wettbewerb war 2015, hatten wir eigentlich schon die Grundidee oder die Grundkonzeption, die ganzen Oberflächen, anfallenden Oberflächenwasser in die Pflanzflächen zu leiten. Und hatten das auch formuliert als Aspekt, der gut für die Bäume ist. Und das war so ein ganz wichtiger Faktor in diesem Beitrag. Und das haben wir dann auch realisiert. Und das bedeutet, uns begleitet das schon so ein kleines bisschen, bevor das große Thema jetzt geworden ist. Deswegen, davor gab es ein großes Projekt, wo das noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Und ich überlege, ob wir da was anders gemacht hätten. Vielleicht hätten wir im Straßenraum, ich meine jetzt das Aspernprojekt in Wien, das ist ein großer Park, in dem großen Park mit riesigen Grünflächen direkt an einem See dran. Da hätten wir wahrscheinlich nicht so viel anders gemacht, in den Promenadenbereichen eventuell. Aber auch da hatten wir schon die Oberflächenentwässerung in die Grünflächen reingeplant. Und ansonsten gab es da eigentlich noch keine Projekte, wo ich jetzt sagen würde, hätten wir anders gemacht. Also bei uns gibt es das schon so bei zwei, drei Projekten. Aber jetzt, wo du so erzählst, denke ich auch, das sind hauptsächlich Stadtplatzprojekte, bei denen wir im Nachhinein denken, oh Mann, das sind ja echt große, versiegelte Flächen. Jetzt ist das halt auch das Wesen von städtischen Plätzen. Und da wird es, glaube ich, besonders tricky, da zu gucken, kann und muss man die in Zukunft anders entwerfen. Da muss man einfach gucken, dass es dann wesentlich mehr Schatten zumindest gibt. Weil es muss ja auch größere, befestigte Flächen im Freiraum geben, wo sich Menschen treffen können, wo ein Markt stattfinden kann, die flexibel nutzbar sind. Und es kann ja keine Lösung sein, dass das jetzt plötzlich alles entsiegelte Flächen sind. Aber das wird nochmal interessant, damit einen Umgang zu finden. Ich glaube auch, wir müssen da, da denke ich gerade noch an ein anderes Projekt, unseren Mehringplatz, wo du gerade städtische Plätze nennst. Und so als Grundthese, glaube ich, müssen wir einfach überlegen, wie viel versiegelte Fläche können und wollen wir uns überhaupt noch leisten. Und den Mehringplatz haben wir eigentlich unter der Prämisse maximales Grün gestaltet und trotzdem Urbanität zu schaffen. Und das bedeutet maximale Urbanität, aber auf minimaler versiegelter Fläche. Das bedeutet natürlich schon, dass wir Marktflächen haben und Bewegungsbereiche. Aber wir haben ganz bewusst einen sehr großen Teil des Mehringplatzes als offene Fläche gelassen, begrünt, als Grünfläche. Weil wir gesagt haben, wir brauchen hier den Ausgleich und wir wollen die Bäume erhalten. Das kann man nicht im Nachhinein, also die Bestandsbäume, die schon 70 Jahre alt sind, im Nachhinein noch drumherum versiegeln, um all das, was da jetzt gerade schon gewachsen ist. Und wir sehen das als ganz wichtigen eigentlich Schwamm in der Mitte dieses kreisrunden Platzes an, der dann an der Stelle für vernünftiges Klima und auch so einen Ausgleich zu den versiegelten Flächen dienen soll. Und ich glaube, wir müssen bei jedem Projekt überlegen, wie viel versiegelte Fläche können wir uns überhaupt leisten. Also unter der Prämisse, so viel Grün wie möglich, maximales Grün, sollten wir, glaube ich, alle denken, auch im Stadtraum. Ja, heißt ja, dass man einfach auch noch viel genauer überlegen muss, wie viel Fläche brauche ich, wo ist die sinnvollerweise, wie ist die zugeschnitten. Wenn ich jetzt eine große Platzfläche einfach großzügig pflastere mit irgendeinem schicken Pflastermaterial, was ich mir ausgesucht habe, dann muss ich mir da unter Umständen nicht im Vorhinein so viele Gedanken drüber machen. Das ist dann nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, da habe ich noch eine interessante Anekdote. Wir haben dieses Projekt in Wien 2012 entworfen und den ersten Bauabschnitt 2015 realisiert und hatten dann auch in 2015 den zweiten Bauabschnitt schon in die Entwurfsplanung gebracht. Und dann sind so ein paar Jahre vergangen, die Entwurfsplanung, die eigentlich schon freigegeben war, gelegen hat. Und das war dann ungefähr 2020, 2021. Und dann sollte es weitergehen mit dem Projekt. Und dann haben sowohl die Bauherren als wir auch gesagt, lass uns das nochmal angucken. Und zwar unter dem Aspekt, kriegen wir nicht noch mehr Grün hin. Aufschluss geht da um ganz viele Promenadenflächen. Und dann haben wir uns diese eigentlich schon freigegebene Entwurfsplanung nochmal angeguckt und geprüft und nochmal 20 Prozent mehr offenen Bereich oder beziehungsweise 20 Prozent weniger versiegelte Fläche hinbekommen. Also wir haben wirklich alle Gehwegbreiten nochmal überprüft. Und das fanden wir schon erstaunlich, dass man, wenn man wirklich diese Brille anzieht und das nochmal kritisch hinterfragt, kriegt man schon auch immer nochmal ein bisschen mehr hin. Das erinnert mich an dieses Nachhaltigkeitstool, was wir haben, was wir auch mal vorgestellt haben, wo wir tatsächlich auch in verschiedenen Leistungsphasen nochmal über den Plan schauen. Entweder intern oder mit auch einem Bauherrn, wenn der offen dafür ist und Lust hat. Und dann sagen, wo geht denn vielleicht noch was? Wo kann man was schrauben? Oder wo haben wir überlegt? Und es ist einfach nicht angemessen an dem Ort. Und was ich auch bei dem Projekt, was du gerade gesagt hast, ganz interessant finde, weil alle drei sind ja aus Wettbewerben hervorgegangen. Also sowohl der Meerlingplatz, der Campus, als auch die Seestadt Aspern, wo er dann eine Jury entscheidet über verschiedene Entwürfe und auch nochmal abwägt. Dann gibt es vielleicht einen, der sagt, ich gehe ganz ins Extreme, ich mache alles grün. Einer, der sagt, ich versiegele alles. Im Wettbewerben will man ja auch so die weite Spreizung und dann wird nochmal abgewogen. Aber trotzdem, wenn da Jahre ins Land gehen, dann wird wieder anders abgewogen. Und es ist ja eigentlich auch schön, wenn beide sagen, sowohl der Planer als auch der Bauherr, da komm, wir nehmen uns nochmal die Zeit. Ja, es ist auch ein Appell an die Bereitschaft, sich zu jedem Zeitpunkt nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, war das jetzt wirklich die beste Lösung? Oder muss ich da nochmal ran? Darf natürlich nicht dazu führen, dass man nie eine Festlegung trifft. Aber ich finde diese innere Bereitschaft, mit ein paar Jahren Abstand nochmal zu sagen, muss ich mir vielleicht nochmal angucken, finde ich schon auch gut. Und sich da nicht, ja, darauf auszuruhen oder sich damit zufrieden zu geben, dass man es eben so abgegeben hat. Ja, und gerade bei einem Stadtquartier. Also ich war tatsächlich im Mai in Wien und habe mir den auch angeschaut. Auch einfach, weil es ja wirklich der Seebereich, aber auch alles drumherum ja irgendwie entstanden ist in den letzten Jahren. Und ich total spannend fand, mich da umzuschauen. Und wenn es dann verschiedene Abschnitte sind über so einen langen Zeitraum, dann sieht man ja vielleicht auch immer eine Entwicklung. Also das geübte Auge läuft da lang und man sieht, oh, grüner, 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 grüner. Also man kann die Trends ablesen, man kann irgendwie verschiedene Tendenzen ablesen. Absolut, das wird da ganz spannend sein. Es werden dann ja so, wenn es fertig ist und 2030 schätzungsweise, die Seestadt, dann werden da 15 Jahre ins Land gegangen sein, die die verschiedenen Entwicklungsstufen nachzeichnen. Und ich glaube, das werden ganz fünf, im Prinzip ist es ja wahnsinnig schnell, in 15 Jahren eine Stadt für 20.000 Menschen zu bauen und 20.000 Arbeitsplätze. Aber trotzdem sind genau in diesen 15 Jahren ganz, ganz viele Dinge passiert. Und wie du sagst, da wird ganz viel an Baukultur ablesbar sein in dieser Stadt. 2015 war das erste Sozialwohnungsprojekt oder leistbarer Wohnraum als Holzbauprojekt. Also ich rede jetzt von Architektur natürlich. Und das ist jetzt ja schon nicht mehr ein Pionier, sondern damit werden jetzt ganze Quartiere gebaut. Und in zehn Jahren, wenn es dann fertig ist, wer weiß, dann haben wir vielleicht schon ganze Holzstädte. Da war dann das Erste. Also das wird ganz, es wird so eine Zeitkapsel eigentlich fast von so einem kulturellen Umbruch in der Baubranche, denke ich schon. Genau, auch gesellschaftlich. Also mir ist, ich hatte schon vermutet, dass viele Straßennamen mit weiblichen Namen sein werden, einfach weil man ja versucht, das irgendwie auszugleichen. Und so war es ja dann tatsächlich auch. Und auf einem Bauschild stand ganz groß, Frauen bauen Stadt und so. Also auch nicht nur vom Räumlichen, sondern auch von dem, was dahinter steht, gerade irgendwie, was die Menschen umtreibt, kann man dann auch ablesen. Ja, das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Entwicklungsebene in der Seestadt. Das endet vielleicht mit Frauennamen auf den Straßenschildern, aber das fängt wo ganz anders an. Es ist sowohl ein Gleichberechtigungsgedanke als auch ein Design-for-all-Gedanke wirklich überall implementiert ist. Oder ich sage mal nicht ein Gleichberechtigungsgedanke, sondern ein Beteiligungsgedanke. Also sichere Straßenräume und die Möglichkeit für alle Gesellschaftsteilnehmer, den öffentlichen Raum zu erleben, beleben, aber auch zu bespielen und zu gestalten. Das spielt auf ganz vielen Ebenen eine Rolle. Also bis hin dahin, dass wir auch sehr bewusst unsere Räume, Topografien sehr offen gestaltet haben, dass es Licht im Straßenraum gibt. Also das geht von einer übergeordneten Masterplan-Ebene bis rein in die Objektplanung, dass da gleichberechtigte Räume entstehen sollen. Und von wem ging das aus? Baut die Stadt selbst das Quartier? Es ist eine Entwicklergesellschaft, die eine Tochterfirma von der Stadt Wien ist, ja. Und habt ihr irgendwas aus so einem großen Projekt mitgenommen? Also es ist ja schon irgendwie faszinierend, aber auch total herausfordernd, ein Stadtquartier zu schaffen und dafür dann die Freiräume, wo sich alle treffen, zu gestalten. Das ist total faszinierend und so richtig durchreflektiert ist es noch nicht, weil wir noch mittendrin stecken. Wir haben ja erst den ersten Bauabschnitt fertiggestellt, beziehungsweise ein ganz kleiner ist jetzt gerade fertig geworden. Und die nächsten großen Bauabschnitte, das ist die Nordpromenade, die quasi gegenüber unseres schon fertiggestellten Parks entstehen wird. Die fängt jetzt gerade an und wir stecken aber auch in Teilen, in anderen Phasen noch mitten in der Ausführungsplanung. Also das ist sowas, was uns auch tagtäglich noch umgibt. Aber es ist für mich ein ganz großes Glück, an diesem Projekt teilzuhaben, weil es wahnsinnig spannend ist aus den Gründen, die wir gerade schon angesprochen haben. Weil man so viel mitbekommt, wie Stadt gemacht wird und wie Stadt machen auch glücken kann. Und ich messe das jetzt mal an so der Zufriedenheit der Menschen, die man dann da vor Ort sieht und der Identifikation, die die Menschen mit dem Ort entwickeln. Also die Menschen, die dort leben, leben da sehr gern und fühlen sich wohl und haben Freude am Leben, da zu leben, zu sein. Und dann finde ich, dann kann es nicht ganz falsch sein, was man gemacht hat. Jetzt sagst du ja, ihr seid ja quasi in allen Leistungsphasen parallel unterwegs. Das ist ja auch spannend an so einem großen Projekt. Ist ja jetzt nicht ganz um die Ecke. Das heißt, ihr seid jetzt schon lange mit so einem halben Fuß immer mal in Wien. In deinem Akzent schlägt es sich jetzt noch nicht nieder. Das heißt aber auch, ihr macht da wirklich alle Leistungsphasen selber. Oder habt ihr vor Ort irgendwie Partner, die das mit euch dann abwickeln? Das ist auch spannend, weil sich auch in den 15 Jahren in der Planungskultur viel getan hat. Also am Anfang war mir noch sehr viel in Wien. Also da gab es eigentlich so einen zweiwöchentlichen Rhythmus, dass man dann noch, damals gab es noch Air Berlin. Dann ist man morgens in den Flieger gestiegen und war aber abends wieder zurück. Das hat sich auch verändert. Also wir haben jetzt auch mit der Bauherren Vereinbarungen, dass wir eher nur rüberkommen, wenn es wirklich physisch notwendig ist und dass man viel auch online machen kann. Und auch mit dem Argument, dass wir alle gemeinsam unsere Footprints ein bisschen reduzieren sollten. Und wir haben den ersten Bauabschnitt, also die Parks, haben wir mit einem Partner vor Ort, 3 zu 0 Landschaftsarchitekten, realisiert, die sich dann in der Ausführungsplanung um die Bauabwicklung auch gekümmert haben. Das war natürlich sehr wertvoll und lehrreich und hat super funktioniert. Es hat auch viel Spaß gemacht, da einen Partner vor Ort zu haben. Aber in Wien ist die Baukultur auch so ein kleines bisschen anders. Also die Objektüberwachung ist dann geringer. Der Anteil an Bauüberwachung und den Aufgaben, die wir dann haben als Landschaftsarchitekten, ist geringer als nach Hawaii-Leistungsbild. Da übernimmt die Bauherren viele Aufgaben auch selber. Also die Planer haben dann eher so ein bisschen erweiterte künstlerische Objektüberwachung. Und funktioniert da der Übergang von LP3 zu LP5 ganz gut, wenn man zusammenarbeitet? Weil das kennen wir im Büro. Also wir haben schon auch Kolleginnen, die alle Leistungsphasen haben und andere, die so ein Steckenpferd eher hinten oder eher vorne haben. Und dann wechselt die Projektleitung manchmal auch so, dass man irgendwie Wissen ja auch transferiert. Und dann ist es schon auch eine Herausforderung, eben diese Leitidee, diesen Entwurf dann auch wirklich weiter zu tragen. Was, glaube ich, wir ganz gut hinkriegen. Aber wir schon auch merken, man muss dann wieder immer hin und her Ping-Pong spielen, weil man hat im Entwurf noch nicht alles geklärt. Wie hat das da so funktioniert? Oder was hat euch geholfen, das stringent weiterzuführen? Also ich denke, das ist auch so ein bisschen eine Philosophie bei uns, dass wir versuchen, nicht zwingend, aber wir versuchen, dass eigentlich alle Mitarbeiter durch die Leistungsphasen, durch in den Projekten mit drinstecken. Vielleicht nicht immer in gleichen Anteilen. Aber eigentlich ist es unsere Traumkarriere so, man macht einen Wettbewerb mit, gewinnt den im besten Fall. Und dann wird man natürlich auch dann irgendwo Ansprechpartner Nummer eins für die Fragen in der weiteren Bearbeitung der Entwurfsplanung. Und wenn man dann Lust hat, auch der Ausführungsplanung. Und im besten Fall ist man dann noch mit auf der Baustelle und guckt, werden meine Details so übersetzt. Also das ist was, was wir ganz persönlich, also Dennis Desicci, mein Partner von Treibhaus und ich, so als persönlich total interessant und spannend und auch irgendwie so den Kern, warum wir das machen, verstehen. Und die meisten von unseren Mitarbeitern, wir haben ja nicht so viele, wir sind jetzt so 13, 14, die teilen das auch und die haben dann die Projekte auch so aus dem Entwurf in die Ausführungsplanung, aber auch auf die Baustelle mitgenommen. Und das muss man nicht. Man kann das auch natürlich sich vertiefen oder spezialisieren. Aber das versuchen wir schon immer dann wenigstens. Es gab schon ein, zweimal schon Projekte, wo das dann vielleicht nicht so geklappt hat. Aber dann haben wir versucht, halt die, die es entworfen haben und die, die es dann weiterbringen sollten, zusammenzubringen und da eigentlich nochmal, ich sag mal, eine gute Übergabe oder eine Begleitung dieser Entwurfsidee in der Übersetzung in die Detaillierung zu schaffen. Es ist ja auch wahnsinnig reizvoll, aus meiner Sicht zumindest, tatsächlich die Entwürfe weiterzudenken und auszudetaillieren und in die Realisierung zu bringen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich habe den Eindruck, dass Berufsanfänger, Berufsanfängerinnen eher erst mal mit dem Ansatz kommen, ich interessiere mich fürs Entwerfen. Das ist ja auch richtig, hast du ja vorhin auch gesagt. Das ist ja auch unsere ureigenste Profession. Aber können sich gar nicht unbedingt von Anfang an vorstellen, dass die hinteren Leistungsphasen auch spannend sein könnten. Bei mir selbst war das auch so ein Prozess, dass ich gemerkt habe, das ist ja irgendwie auch total cool. Hat einen anderen Reiz, aber auf jeden Fall auch einen großen Reiz. Wie ist das bei euch? Versucht ihr da eure Mitarbeiter auch so ein bisschen in die Richtung zu bringen, dass sie darauf Lust bekommen? Genau. Ja, also da stimme ich dir total zu. Das war auch mein Werden in der Landschaftsarchitektur. Zuerst nur Entwerfen und ach, ob ich realisieren will, dann dauert das so lange. Und dann muss man mit so vielen Leuten diskutieren, bis es dann mal da ist. Aber als dann wirklich das Erste gebaut war, dieses Gefühl, in dem tatsächlichen Raum da dann zu stehen und zu sehen, wie sich was materialisiert, was man irgendwann mal auf Skizzenpapier gezeichnet hat, das ist fantastisch. Und ich glaube, diese Faszination genau für diesen Moment, den teilen wir alle im Büro, dass das total Spaß macht. Und wenn man dann sieht, dass auf einem Spielplatz, den man entworfen hat, die Kinder spielen und irgendwie Fun haben, dann ist das ziemlich cool. Und ich glaube, das ist die Ambition, warum wir das alle tun. Und alle begreifen, dass da alle möglichen Planungsschritte zugehören und dass alle ganz wichtig sind, alle diese Schritte. Dass die kohärent irgendwie zusammenpassen müssen und dass dadurch Qualität entsteht am Ende im Raum. Durch eine Idee, die über gute Details und gute Materiallösungen dann Raum wird. Und ich glaube, da sind alle davon überzeugt, dass das so der richtige Prozess ist. Wir gucken natürlich, dass wir auch viel rausgehen in Innenräume und gucken, was macht das denn aus, wie entsteht guter Raum und wann macht es Spaß, wo zu sein und wo passt es nicht. Und ich glaube, dadurch sind da alle mit bei in allen Phasen. Also es ist einfach auch so eine Erfahrung mit den Jahren, wenn man da mit dabei war, dass man merkt, was daran so toll ist. Ich merke es jetzt an mir selber auch gerade. Ich habe jetzt ja so anderthalb Baustellen geerbt gerade und dachte erst, oh Gott, das kostet so viel Zeit. Aber es ist so toll, da wieder draußen zu stehen und mit dabei zu sein und mit den Bauleuten vor Ort sich zu beraten und abzustimmen und zu sehen, was die auf dem Kasten haben und was die da leisten und was das auch für das Projekt macht, wenn man das mit denen zusammen macht. Von daher bin ich jetzt doch gar nicht mehr traurig um die Zeit, die ich da rein investiere, sondern freue mich über meine Erbstücke. Das glaube ich. Ich will auch gleich wieder. Ich bin leider nicht mehr so wahnsinnig oft draußen auf den Baustellen. Aber wo du das gerade sagst, erinnere ich mich auch an ein paar tolle Situationen, wenn man dann gemeinsam dann auch mit den Ausführenden merkt, die verstehen, was man eigentlich meinte und haben da auch richtig Lust drauf, das zu machen. Ja, das ist schon toll. Ja, stimmt. Weil guter Raum und guter Entwurf ein paar Mal viel. Und ich habe so mitgenommen, wenn er genutzt wird, gerne und viel, dann wäre es ein guter Entwurf gewesen. Oder wie würdest du es für dich definieren? Nicht nur. Also es ist nicht nur ein Qualitätsmerkmal, dass viele Menschen drin sind, aber es ist schon mal ein Anhaltspunkt, dass es angenommen wird. Kann natürlich auch zum Problem werden, wenn es zu viel angenommen wird für den Ort selber. Aber erst mal von der Grundkonzeption hat man es dann ja erst mal wahrscheinlich nicht ganz falsch gemacht. Aber ich glaube, dass richtige oder gute Orte sich dadurch kennzeichnen, dass man spürt, dass da eine Gestaltung realisiert wurde, wo ein bisschen mehr drin ist. Also das kann ein bisschen mehr Leidenschaft des Entwerfers oder Geschichten sein oder Ästhetikqualität oder vielleicht eine historische Qualität. Das will ich gar nicht beurteilen, was es jetzt genau ist, aber eine bewusste Gestaltung oder eine Gestaltung, die mit dem Ort selber umgeht und nicht einfach nur aus dem Katalog oder von irgendwo anders kopiert wurde, weil es schnell gehen muss. Das macht einen guten Ort aus. Also dass jemand auch wirklich sich beim Gestalten und Entwerfen Gedanken gemacht hat, die für den Ort und für die Anforderungen des Ortes wichtig sind oder dann zu guten Lösungen führen. Und das wissen wir alle als Entwerfer, dass das nicht so ein ganz einfacher Prozess ist, gute Lösungen zu finden und dass das anstrengend ist und dass man dann auch mal eine Nachtschicht machen muss, weil man immer noch nicht zufrieden ist. Also da steckt viel Arbeit hinter und man spürt an Orten, ob sich diese Arbeit gemacht wurde oder eben nicht. Und ich denke, das ist wichtig, dass Orte mit so einer Fürsorge für gutes Entwerfen einfach auch gestaltet wurden. Ja, mich hat während du gesprochen hast, das dachte ich so an KI und warum, ich glaube, das Argument, warum man Menschen ranlassen sollte, jeden Ort dann nochmal zu entwerfen und nicht eben was entweder Copy-Paste zu benutzen von einem anderen Ort oder es mit Algorithmen zu berechnen, dass es irgendwie funktioniert. Aber da fehlt dann so die, weil die Seele von dem Ort würde ich es jetzt mal nennen. Also sozusagen, das war jetzt irgendwie so eine Rede für sich ganz lange oder sich einfach Zeit zu nehmen und was kennenzulernen und dann nicht einen Katalog aufzuschlagen und dann irgendwie zu sagen, ach, das passt schon. Ja, und auch viele verschiedene Varianten abzuwägen und sich vielleicht auch bereit zu sein, sich von dem zu lösen, was man als erstes im Kopf hatte. Ich glaube, das ist ja auch ein Lernprozess, das zu können. Das habe ich jetzt festgestellt, als ich letztes Semester den Lehrauftrag hatte für Entwerfen, dass das den Studis so am Anfang ihrer Karriere doch noch ganz schön schwerfällt, sich dann von den ersten Strichen zu verabschieden. Jetzt hast du ja, was das Entwerfen angeht, ganz oft von wir gesprochen. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr das im Büro macht. Wie kommt ihr zu einem Entwurf, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, den und den Wettbewerb machen wir mit. Wer entwirft dann? Also es gibt immer ein Entwurfsteam oder ein Wettbewerbsteam, die sich dann um so ein Projekt oder einen Wettbewerb kümmern. Und das sind selten eine Person alleine, seltenst, eigentlich mindestens zwei. Und die fangen an zu entwerfen. Und dann gibt es Workshops zusammen mit, entweder mit Dennis und mir oder auch anderen im Büro. Also wir haben auch angefangen, andere Teammitglieder, die eigentlich nicht dann in den Wettbewerbsprozess eingebunden sind, auch mal dazu zu holen und zu sagen, was ist jetzt eure objektive Meinung. Und dann gibt es eigentlich so noch Entwurfsworkshops, in denen dann intensiver gemeinsam diskutiert wird und Varianten diskutiert oder noch mal verworfen wird. Und ich glaube, dieses kritisch bleiben und auch mal sagen, nee, das, was wir jetzt haben, das ist vielleicht jetzt schon drei Schritte ausgereift, aber vielleicht müssen wir doch noch mal drei Schritte zurück. Also nicht Stände hinzunehmen. Das ist eigentlich ganz ähnlich zu dem, was du gerade für die Studierenden gesagt hast, als Tipp, dass man sich nicht krampfhaft an die ersten Striche halten muss. Das ist aber dasselbe, wie was wir eben besprochen haben, für das andere Projekt, wo man vielleicht auch noch mal die eigene Planung, selbst wenn sie schon freigegeben war, Leistungsphase drei, noch mal gucken sollte, ob es nicht doch noch mal unter manchen Aspekten oder Parametern noch mal besser geht. Und genau so, vielleicht auch manchmal zum Leidwesen der Zeitschiene diskutieren wir Entwürfe im Büro. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut unter Kontrolle und dass es nicht zu viel wird. Aber dieses Diskutieren und Hinterfragen und Dinge ausprobieren, das ist das, was einen dann weiterbringt und irgendwann zu einer Lösung. Und ich weiß nicht, bin ich wirklich in diesem KI-Thema drin, aber ich habe letztens das erste Mal auch im Studium mit den Studierenden kam jemand zu er und hat gesagt, hier, wir sind gerade in einer Entwurfsphase und die KI hat uns den und den Vorschlag gemacht und haben dann ein Bild mitgebracht und haben dann aus der Idee haben wir dann das und das gemacht. Da habe ich das erst mal gedacht, ja, vielleicht ist das ja sogar eine akzeptable Methode, mit KI umzugehen, das eher als Inspiration oder als Möglichkeit zu sehen, als eine von vielen Varianten, wie man zu Ideen kommen kann. Aber das bewahrt uns nicht davor, selber nachzudenken und zu überlegen, ob es die richtige Lösung sein kann. Ganz wichtiger Unterschied, also sozusagen, wo Inspiration, ob ich jetzt durch Pinterest durchsquolle oder durch irgendwie Lansin und andere Projekte mir anschaue oder die KI nutze als irgendwie Sammlung, was alles im Internet sich befindet. Aber mir ging es sozusagen darum, dass man dann ja nochmal eine bewusste Entscheidung trifft als Planerin, was übernehme ich oder wo, frage ich die KI nochmal, nee, nee, bitte mehr in die Richtung. Aber man muss auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen, dass sie stärker wird oder präsenter wird. Weil ich glaube, das wird mehr werden. Und wie kann man sie für sich nutzen, dass wir Zeit sparen und trotzdem genauso tolle Entwürfe machen an den Menschen, die dann, sagen die Räume weiterhin so gerne nutzen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch was im Entwurf, es gibt ja nicht die eine Lösung, die richtig ist oder es gibt ja auch keine ganz falschen Lösungen. Bei Wettbewerben gibt es ja sowieso dann nochmal eine Jury, die das nochmal ganz anders bewertet. Also da sind so viele Filter von denkenden Menschen, deswegen mache ich mir da in dem Prozess mit der künstlichen Intelligenz jetzt noch nicht so wirklich Sorgen, sondern denke eher daran, wie kann man das tatsächlich produktiv nutzen, ohne das Ziel zu haben, dass wir sterile, gleiche Entwürfe in der Welt dann irgendwann haben. Und die ja dann auch gefüttert werden durch Sachen, die schon gebaut sind. Das finde ich ja auch ganz interessant. Also wir sind ja grundsätzlich immer offen, natürlich fällt einem irgendwie was ein, was es schon gibt. Das merkt man natürlich auch in der Modeindustrie, irgendwie wiederholt sich dann wieder ein Jahrzehnt. Aber grundsätzlich sind wir ja in der Lage, als Menschen neue Sachen zu uns zu erdenken. Und merkst du bei deinen Studierenden, dass sich was geändert hat die letzten Jahre? Also dass die in ihrem Entwerfen sich verändern, entweder weil sie den Klimawandel viel bewusster erleben oder irgendwie viel mehr aktiv dagegen tun wollen oder weil sie neue Technologien nutzen? Ein bisschen schon. Also ich glaube, die Ambition, die Probleme der Welt zu lösen, ist stärker geworden. Also es ist nicht mehr so stark die individuelle Ambition, ich sag mal, große stadträumliche Kunstwerke zu schaffen und Stichwort Star-Kitekt zu werden, die berühmte Landschaftsarchitektin, sondern es ist eher was gesellschaftlicheres und umweltbezogeneres, was die Studierenden antreibt, sich für Landschaftsarchitektur zu entscheiden. Wobei ich denke, dass man vielleicht auch beides zusammen schaffen könnte. Im besten Falle, auf jeden Fall. Ja, ich hatte letztes Jahr bei meinem Lehrauftrag das Gefühl, ähnlich, dass es denen sehr stark darum geht und dass das aber das auch schwierig macht, weil du hast das ja am Anfang unseres Gesprächs auch beschrieben, dass Entwerfen ja viel mit Entscheiden zu tun hat und wenn man alle Probleme der Welt lösen will auf einer Fläche, mit der man sich befassen soll, dann wird das ganz schwierig und man muss aber Entscheidungen treffen, damit man ja nicht einen Brei produziert. Also interessiert uns, glaube ich, sehr, wie du den Studierenden entwerfen beibringst. Und jetzt priorisieren, was am Anfang fiel, also Entscheidung, was ist mir wichtiger? Also dieses Phänomen, dass Studierende alle Probleme der Welt lösen wollen, merkt man immer ganz stark am Ende des Studiums. Bei uns oder bei mir ist es so, dass sich die Studierenden ein eigenes Thema suchen. Und das ist natürlich immer eine ganz wahnsinnige Herausforderung, weil dann will man natürlich irgendwie auch nochmal... Also für die Abschlussarbeit. Genau, für die Abschlussarbeit. Und da tendieren ganz viele dazu, dass sie dann eigentlich die Welt neu erfinden wollen. Und lustigerweise hatte ich letzte Woche mit Studierenden ein Gespräch über ihre Themen. Und irgendwann habe ich versucht, das so zu erklären, dieses Priorisieren. Versucht doch einfach mal, eure Arbeit, wie Marie Kondo, eure Wohnung betrachten würde, zu betrachten. Also räumt da drin auf und lasst alles weg, was nicht euer Thema zuspitzt. Das bedeutet natürlich, dass man erstmal sich nochmal klar machen muss, was ist denn wirklich wichtig an der Stelle. Da geht es genau, das ist dasselbe für eine Abschlussarbeit wie auch für einen Entwurf, dass man nicht alles übereinander lagert und hier noch ein bisschen und da noch ein Wackeltier und vielleicht da noch ein Weg und obwohl es schon drei gibt, also dass man das so weit runter reduziert, dass es klar wird. Ich glaube, Klarheit ist sowas total Wichtiges in eigentlich allem, was man tut, ob man jetzt die Wohnung aufräumt oder eine Abschlussarbeit macht oder eine Landschaftsarchitektur macht, dass alles kohärent zusammenpasst und dass es nicht zu viel wird. Und dieses Priorisieren, wie du es eben genannt hast oder das halt weglassen oder reduzieren, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man im Laufe eigentlich seines Jahr werdens zum professionellen Landschaftsarchitektin lernen muss oder vielleicht auch noch ein bisschen Zeit hat danach, dass man es dann irgendwann kann. Das würde ich gar nicht so am Anfang voraussetzen. Also ich im letzten Sommersemester die Studie sozusagen übernommen habe für dieses Modul Entwerfen. Da hatten sie von dir schon ganz viel Theorie der Landschaftsarchitektur mitbekommen. Sie kannten ganz viele bekannte, berühmte LandschaftsarchitektInnen und deren Art zu gestalten und hatten, glaube ich, von dir auch die Aufgabe bekommen, da Freiräume in deren Stil zu entwerfen. Das fand ich ganz spannend, dass sie von dir da so viel Rüstzeug mitbekommen haben, sich wirklich erst mal mit der Theorie des Entwerfens auch zu befassen. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass das bei uns damals in der Uni so gewesen ist. Vielleicht hat es dir damals ja auch gefehlt und deswegen machst du es jetzt anders? Ich habe ja schon eingangs erklärt oder mich geoutet, dass ich vielleicht auch gerne Kunst studiert hätte. Also ich habe so eine totale Affinität zu Kunst und so zum Interpretieren, warum Menschen etwas tun. Und ich habe auch eben schon gesagt, dass für mich Räume irgendwo auch eine Aussage beinhalten könnten oder jedenfalls zum Raum irgendwas in sich tragen, dass man das spürt, was so ein Entwerfer da sich gedacht hat. Und das ist genau der Punkt, der mir bei dieser Pädagogik, die du gerade nennst, im Kopf ist. Also ich nenne da die Koryphäen der Landschaftsarchitektur und lasse die Studierenden eigentlich analysieren, warum machen die das so, wie sie es machen. Und da kommt es mir also nicht darauf an, was die formale Gestaltung ist oder was es ist, sondern dass die Studierenden darüber nachdenken, warum machen die das. Und dann im besten Fall über das Kapieren, aha, da steckt eine Intention hinter, warum diese Koryphäen das so machen, wie sie es tun. vielleicht dann auch im Verlauf von ein paar Jahren eine eigene Intention zu entwickeln oder zu lernen, dass Räume halt auch nicht nur Materie sind, sondern auch Aussagen beinhalten können oder Oeuvres, um im Kunstjargon zu sprechen. Das bildet ja dann auch die Grundlage, um eine Diskussion führen zu können, wie du es vorhin meintest, dass du im Büro viel diskutiert. Dadurch muss ich mich ja selbst hinterfragen, warum mache ich das eigentlich, warum macht der andere das so, das finde ich auch total wichtig oder auch spannend. Also wenn ich mit jemandem zusammenwerfe, dann ist das mit mein liebster Part vom Tag, einfach hin und her sich auszutauschen und gar nicht zum Gehen, das ist die eine richtige Lösung, sondern einfach zu merken, ah ja, so kann man es auch machen, ich verstehe das jetzt und deswegen mache ich das so. Total finde ich für mich so energiegebend auch. Ja, also es hörte sich für mich jetzt auch so an, als hätten wir dann unseren Büros ähnliche Herangehensweisen, wie wir den Entwuchsprozess gestalten im Hinblick auf Entwerfen im Team und erst mal gleichberechtigte Diskussionen von Ideen, auch dieses Hinzuziehen von Personen, die eigentlich gar nicht primär eine Wettbewerb oder Entwurfsaufgabe bearbeiten in dem speziellen Fall, aber dass man die sich mal dazu holt und sagt, guck doch mal von außen. Und dann kann man sich danach wieder in einem kleineren Keis zusammenfinden. das praktizieren wir auch so und ich kann mich dir da nur anschließen, ich genieße das total, dass wir das so gleichberechtigt im Team machen und da eben uns auch gegenseitig die Bälle zuspielen oder uns aneinander reiben. Bin ich ganz froh darüber, weil ich das Gefühl habe, das war vielleicht früher auch anders, dass dann Inhaber, InhaberInnen eher gesagt haben, das ist mein Entwurf, den habe ich jetzt hier auf so einem ganz kleinen Post-it mal aufgezeichnet und ihr könnt den abzeichnen gerne. Hat ja vielleicht auch andere Arbeiten rausgekommen. So stellt man sich das vor. Ich habe das zum Glück nie so erlebt. Ich war ja bei Martha Schwarz am Anfang meiner Karriere und die hat das auch nicht so gemacht, auch wenn man sich das vielleicht so vorstellt, aber das waren immer sehr gleichberechtigte Diskussionen und alle hatten Ideen und das war ganz toll. Interessant, weil gerade da hätte ich jetzt gedacht, dadurch, dass das ja schon sehr plakative Entwürfe auch oft sind von ihr, dass es da nicht so ist oder war. Deswegen ist es interessant. Das ist wirklich spannend. Das hat mich natürlich auch geprägt, das hat mich erst mal überrascht, dass das jeder erst mal entwickelt hat und dann hat man gemeinsam diskutiert und dann hingen fünf Varianten oder eben nicht Varianten, sondern unterschiedliche Ansätze an der Wand und dann hat man in einer, da haben wir es dann nochmal Charette genannt, wurde dann diskutiert und weiterentwickelt. Also da habe ich das eigentlich her und deswegen sage ich das gerade, weil sie ja schon eine Protagonistin mit einer sehr eigenen auch Giles-Sprache ist und Merkmalen. Die hat es aber geschafft, trotzdem ihren Doro-Spirit so zu kriegen, dass jeder irgendwo Teil davon ist, war und ist. Da muss ja die Kunst des Zuspitzens dort eigentlich wirklich intensiv gelernt haben, oder? Also weil zum Schluss sind da ja dann doch oder oft Arbeiten bei rausgekommen, die sehr plakativ oder schon fast in Richtung Landart gehen, wo man gar nicht auf den ersten Blick sieht, ob man sich da so viele Gedanken darüber gemacht hat, wie das später genutzt wird oder was da für Räume für die Nutzenden entstehen, sondern dass so auf den ersten Blick im Vordergrund eher das Bild steht, was entsteht. Einerseits ja, andererseits ist sie aber auch ein Mensch, der sich, ich war ja da, als sie dann schon Richtung 60 war oder Mitte 50, sich immer wieder hinterfragt hat und immer wieder Neues auch erlaubt hat und gerade in der Zeit, als ich da war, hat sie an einem, eigentlich schon einem Umweltbuch gearbeitet. Ich glaube, sie hat es nie veröffentlicht, aber es war, man hatte so die Vorstellung, sie macht eigentlich große, bunte, harte, künstliche Sachen und hat an einem Buch gearbeitet, das damals dann noch einen Arbeitstitel hatte, das mit der inhaltlichen Auseinandersetzung, dass Landschaftsarchitektur quick, cheap and green sein muss, als kritischer Arbeitstitel und sich damit auseinanderzusetzen, auch wie, wie kriegen wir mehr grün, auch im Nachhaltigkeitssinn in die Städte. Das fand ich sehr faszinierend, dass sie über eigentlich ökologische Themen dann mit uns diskutiert hat, obwohl sie halt diesen, ich sag mal, Stempel von bunt und künstlich hat und das fand ich faszinierend, dass man sich da immer weiterentwickelt und auch hinterfragt und auch wandelt. Ich würde noch, am Ende sind wir jetzt auch so zu sagen, da warst du im Büro angestellt und immerhin hast du dich selbstständig gemacht und es gibt ja nicht so viele Bürogründungen mehr, also es ist ja eher so die 90ern, oder? Sind so viele entstanden? Was war da die Motivation, wo du dachtest, so jetzt möchte ich gerne was Eigenes gründen? Ich war zu der Zeit zurück aus London, wo ich bei Martha Schwarz bei Martha Schwarz gearbeitet hatte, war zurück und hatte gerade begonnen bei Jürgen Weidinger an der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und wusste aber ganz klar, dass ich auch selber weiter entwerfen will und Landschaftsarchitektur bauen und das hat sich dann auch über befreundete Architekten erster Wettbewerb ergeben, den wir dann auch realisiert haben in Plauen und das war glasklar, dass ich nicht nur Lehre machen kann, sondern immer auch im Machen bleiben muss und das hat sich auch so weitergezogen. Also ich brauche das auch für mein Leben, das selber erfinden oder denken aktiv über Raum und das gestalten. Also das muss beides zusammengehen mit gleicher Leidenschaft, das Lehren und das Machen. Also die Lehre ist genauso eine Leidenschaft wie das machen. Definitiv, ja. Es ist auch total schön zu hören, dass man so zwei Standbeine hat, die man irgendwie beide sehr, sehr schätzt, weil manchmal ist es ja dann auch die Lehre als eine Sicherheit, wenn man irgendwie nicht den Wettbewerb gewinnt und aber idealerweise geht man ja zu beiden Teilen von seinem Arbeitsleben gerne. Ja. Nimmt er was mit? Das mache ich schon, weil ich fasziniert davon bin, irgendwie jungen Menschen auch zu vermitteln, was Landschaftsarchitektur ist, was man da machen kann und im besten Fall, dass man auch das gerne macht und vielleicht sein ganzes Leben im optimalen Fall. Also das ist so der Drive dahinter. Dann vielleicht noch, die Frage war nicht vorbereitet, aber ich bin nächste Woche auf einer Schulkonferenz, wo irgendwie unsere Planung vorgestellt wird und dann soll ich in einem Satz sagen, was Landschaftsarchitektur ist, also falls Kinder nicht wissen, was macht eine Landschaftsarchitektin. Ich habe da immer so meinen Standardsatz, aber wie würdest, was würdest du sagen, was ist Landschaftsarchitektur? Landschaftsarchitektinnen gestalten alle Freiräume, die wir uns vorstellen können, in der Stadt, Straßen, Parks, aber auch auf dem Land und das machen Landschaftsarchitektur, das Gestalten dieser Räume. Ja, super erklärt. Wenn du dir jetzt das nächste Projekt oder den nächsten Wettbewerb backen dürftest, den du mit deinem Büro machst, was wäre das? Ich würde total gerne mal so einen sehr komplexen Bestandspark mit am besten ganz vielen Einbauten bekommen und da, ein bisschen hatten wir gerade sogar so einen, aber noch nicht ganz so, wie ich es mir gerne backen würde, dass man die Materialien, die man da vorfindet, beziehungsweise auch die Elemente, die Bauelemente aus dem bisherigen Kontext rausnehmen muss, aber an anderer Stelle im selben Park wieder einbaut und damit quasi so ein Redo, Reuse Projekt mit allem, was da schon gewesen ist, zaubert. Da hätte ich sehr Lust drauf. Das wäre toll, so ein zirkulärer Park. Ja, das fände ich toll. Das klingt total spannend. Ich glaube, dann hoffen wir, dass der Wettbewerb bald ausgelobt wird. Danke. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da alle Lust drauf haben, drin mitzuarbeiten. Ja, schöner Abschluss für unser Gespräch, liebe Laura. Vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke dir. Das war die Folge mit Laura Fahl. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Nutzt gerne die neue Kommentarfunktion bei Spotify oder sendet uns Anmerkungen an media-at-hoch-c.de. Über Feedback von Zuhörerinnen und Zuhörern freuen wir uns immer. Gern teilt auch die Folge mit Bekannten. Vielleicht ist die eine oder andere demnächst in Berlin oder Wien und interessiert sich für die vorgestellten Projekte. In vier Wochen haben wir dann wie gewohnt eine neue spannende Folge für euch vorbereitet. Da sprechen Liuba Lissner und Klaus Herrmann mit Stefan Lenzen. Er ist Präsident des BDLA und Inhaber des Büros RMP. Es geht um verschiedenste Themen, um aktuelle Landschaftsarchitektur und die Herausforderungen, die wir gerade haben, als Chance und Inspiration für Landschaftsarchitektinnen. Seid gespannt und bis dahin. Bis bald und schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.